assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh meine lieben geschwister gestern habe ich ein foto gepostet vom gebet wo ich richtig knapp dran war durch den straßenverkehr heute bin ich auf meinem edeka gebetsplatz weil ich gerade unterwegs war ich möchte euch einige sachen erklären bei mir ist gestern etwa einige etwas noch mal bewusst geworden viele waren voll begeistert leute das ist nichts besonderes das ist das absolute minimum dass man die gebetszeit kurz davor ist auszulaufen ich bin eher zu tadeln gestern weil ich so lange gewartet habe dass man dass man dann betet das ist eigentlich das normalste von der welt und warum beten viele leute nicht wenn sie zum beispiel draußen unterwegs sind erstens weil sie sich nicht bewusst sind dass das eine gravierende sünde ist und das habe ich schon mehrmals erwähnt das gebet ist eine der stimmen nicht zu beten ist eine der schlimmsten sünden überhaupt eine der schlimmsten sind überhaupt es ist wenn man das buch von das ist und manche sagen ja auch ja ich hab dann mal ein gebet verpasst das gebet ist zu bestimmten zeiten vorgestellt das heißt bestimmte zeiträume das absichtlich in dem zeitraum nicht zu beten ist eine gewaltige sünde und umso öfter du das machst umso mehr sünden hast du ja das heißt wenn du fünf am tag nicht in der zeit betest hast du fünf riesengroße sünde so ungefähr als wenn du ins bordell gehst noch schlimmer noch schlimmer und das möchte ich hier noch mal sagen das ist eine katastrophe und dann weil viele einfach unwissend sind unwissen bezüglich der regeln des gebets und sich viel zu kompliziert machen ja als frau ja aber als frau werde ich gesehen es ist es macht das gebet nicht ungültig als frau gesehen zu werden aber natürlich sucht man sich lieber einen ruhigen ort wie hier zum beispiel der parkplatz wo gerade nichts los ist wo man seine ruhe hat hat kein mensch gesehen auch ich als mann ich einfach meine ruhe haben ja ich habe keinen bock ich habe keinen bock während dem gebet dass leute vorbeikommen am labern sind meine konzentration rausbringen ja so dann heute gestern schreibt einer ja aber was ist wenn ein hund da lang gelaufen ist wenn ein hund daran gegangen ist dann macht dem gebets ordentlich nichts der hund muss etwas von sich von seinem da muss etwas von ihm bleiben urin kot haare et cetera zweitens es kommt danach regen du guckst also ist der ort wo du betest ist da irgendwas dran ist der urin ist der kot ist der blut ist da irgendetwas so selbst ich habe jetzt hier einen teppich was einfach gemütlicher ist braucht man nicht einfach hier so beten können hätte ich jetzt keinen teppich dabei gehabt aber seine organisation so hätte ich das auch gemacht dann fragen leute ja was ist mit wasser leute wasser gibt es überall wasser gibt es bald aber was ist mit auf toilette sauber machen ja nimm dir feuchttücher mit und da gibt es auch wasser macht es euch nicht kompliziert das gebet nicht zu beten ist eine absolute katastrophe ich wünsche euch was liebe geschwister salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol